Musik Gucken Sie mal, sehen Sie den Vogel da? Pssst, na da, nicht so laut, was ist denn da oben, ja witzig, da ist er weg, aber das sah aus als wenn das ein Graureiher war, das wäre Ihnen Jan Schied, Jan Schied, Sie immer mit Ihrem Plattdeutsch, ich höre das immer noch ganz gerne, also das spricht ja auch vielleicht der eine oder andere noch bei uns hier, also verstehen wohl eher, sprechen ja, das denke ich auch, verstehen könnt ihr es doch, oder nicht, ja, 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 ich kann das auch verstehen, so einigermaßen, ja, gucken Sie mal da, Mensch, stellen Sie sich mal vor, wie das auch Plattdeutsch klingt, ja, was denn? Toll, ganz toll, bin begeistert. Oh, da, und, ah, und, was denn jetzt wieder? Und wenn he fleht, dann macht die, kriek, kriek. Nee, 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 stimmt auch, das war der andere, der macht kriek, 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 kriek. Wo sind Sie denn, wir haben doch hier einen schönen Posten jetzt, wo sind Sie denn jetzt? Da haben wir uns doch mal was Schönes ausgetrunken und Sie sind gar nicht da. Hier, ja, hier bin ich. Ah, okay. Oh, jetzt, Ruhe, pssst. Toll, ist das toll. Hören Sie das? Ich höre nichts. Kriek, 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 kriek. Was ist das denn? Der Ruf der Möbel. Wo ist sie denn? Ich weiß es nicht, ich höre es nur. Kriek, kriek. Gucken Sie mal da oben. Ja, jetzt höre ich es auch. Ja. Das ist der Ruf der Möbel. Der Lachmöbel. Ja. Oder der Schwattkoppmöbel. Ach, wie Pladütschen dazu sagt. Oh, schon wieder Pladütsch. Wie unsere Pladütsch-Vogelsafari. Schwattkoppmöbel. Nicht Schwatt, Schwatt, Schwärz. Aber sagen Sie mal, wissen Sie das vielleicht? Haben die eigentlich nur während der Brunzeit den schwarzen Kopf? Ja. Toll. Ganz toll. Bin begeistert. Diese Natur. Wundervoll. Schön. Darf ich Sie mal stören? Was gibt es denn schon wieder? Haben Sie gesehen? Was? Also ich meine, kennen Sie eigentlich Greta? Nee, hat die gesagt, dass sie mich kennt? Greta. Da hinten ist eine. Wo? Da weiter links. 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 Nicht die Dame. Ach da. Ja, das ist doch eine Uferschnäpfe. Eben. Ja, und was ist mit der? Auf Plattdeutsch nennt man die ja Greta. Gretchen oder Griet. Ach was. Ja. Was Sie alles wissen. Ja. Und? Sehen Sie? Ja. Und wissen Sie eigentlich auch warum? Nee. Die Uferschnäpfe liebt den Singflug. Nicht den Singflug, sondern den Singflug. Was? Die singt während des Fliegens? Ja. Ach was. Und dann ruft sie immer Greta, 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 Greta. Greta, 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 Greta. Toll. Ganz toll.